Okay, zur Taverne. Da war ja auch der Helikopterlandeplatz. Mal gucken, muss ich sie wieder kontaktieren? Wahrscheinlich muss ich sie kontaktieren erst. Ja, ich lade einfach wieder über alle Tiere rüber. Arme Viecher. Ja, ich möchte gerne in die Taverne gehen. Dann können wir dann nochmal unsere Pilotin anrufen, vielleicht auch nochmal mit Tracer Tong sprechen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, bevor wir uns dann aufmachen zu den Templern. Hm. Ja, 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 ja. Gut, dass man die Dialoge skippen kann. So, mal gucken, können wir mit dir nochmal quatschen? Ich habe ihre Heiligkeit gefunden. Es ist Nicolette de Clare, eine Illuminatin. Natürlich ist sie das. Nur deshalb habe ich sie auf sie angesetzt, damit sie mir glauben, dass wir in großer Gefahr schweben. Die Illuminaten haben die Welt nach dem Kollaps neu geformt. Wenn sie erst unsere Technologie kontrollieren, können sie auch eine handverlesene Herrschaftsklasse erschaffen. Wie können sie gleichzeitig die Ideale des Ordens und das Kommerzdenken der WTO unterstützen? Die Illuminaten wollten immer nur eines. Die Zentralisierung. Die Zentralisierung von Reichtum, Macht und Ideologie. Denen ist jedes Mittel recht. Also zentralisieren sie den Reichtum innerhalb der WTO und die Ideologie innerhalb des Ordens. Und Macht? Die wollen sie von uns. Das ist im Grunde wie mit den Kaffeehäusern, wie wir es rausgefunden hatten, nur in etwas größer. Ja. Ich brauche jemanden, der mich nach Rauchstadt bringt. Wie Sie meinen. Wir treffen uns auf dem Dach neben der Taverne. So. Interessant ist ja auch, dass das hier auch im Original dann Rauchstadt heißt. Nee, da wollen wir nicht hin. Zurück zu den Straßen. Und dann zum Helikopter. Ja. Flopp, flopp, flopp. Äh, wo ist er denn? Da. Abmarsch. Ich bin nicht gut drauf heute. Gut, dann gehen wir aus dem Weg. Dann kann ich nämlich hier die Leiter hochgehen. Na. Sie sind ja eine richtig gute Informationsquelle. Ich werde Ihnen bei der Bergung des Teils für das Teleportationsgerät helfen. Haben Sie wieder meine Nachrichten entschlüsselt? Ich bin Ihr Freund, Alex. Je mehr ich weiß, desto besser kann ich Sie beschützen. Bringen Sie mich einfach nach Rauchstadt. Möglichst unauffällig, wenn es geht. Ehrensache. Na dann los. Fliegen wir. Wie Sie meinen. Ja, am Ende stellt sie sich bestimmt auch noch gegen uns. Ich sehe es schon kommen. Okay. Gesegnet sei. Gesegnet sei. Laut meinen Aufzeichnungen verbindet ein ehemaliger Abwasserkanal alle Gebäude dieses Viertels. Mhm. Vielleicht wissen die Einheimischen mehr. Ich habe das Viertel bereits untersucht, weil ich meinen Passagier dort vermutet hatte. Okay. Wir müssen also jetzt erstmal irgendwie... ...rein in die Basis. Stimmt was nicht? Dämonen? Hinter mir her! Entschuldigung, schon gut. Erst vertreiben Sie mich aus dem Haus des Herrn, dann jagen Sie mich aus den Tunneln. Sie haben in der Kathedrale gelebt? Ich war die letzte Gläubige. Aber dann zogen die Kultisten ein. Ich bin nochmal zurückgegangen durch die unterirdischen Tunnel. Da habe ich das Ritual gesehen. Ein geheimer Eingang in die Kathedrale? Es diente der Versorgung. Dann trocknete der Kanal aus und man konnte von draußen rein. Irgendwann lege ich da mal ein Feuer. Ja, mach das. Aber es war ja schon mal hilfreich. Quick. Hey, sind Sie einer von den Arbeitern aus dieser Fabrik unter dem Kanal? Meine Mama meint, ich soll fragen, ob Sie einen Boten brauchen. Wir brauchen Geld. Tut mir leid, aber ich arbeite nicht dort. Du sagst, es ist eine Fabrik? Im Kanal? Was weißt du noch darüber? Das ist irgendeine geheime Basis. Kerle in Uniform fahren mitten in der Nacht in komischen Maschinen durch die Gegend. Wenn sie da rein wollen, kann ich ihnen sagen, wo die Wachen stehen. Ja, erzähl mir von den Wachen. Ich habe eine Karte der Gegend, darauf kannst du mir alles zeigen. Okay, ich zeichne ein, wo sie stehen. Aber geben Sie mir genug Geld, dass es für einen Arztbesuch reicht. Meine Mama ist krank. Du betrügst mich doch nicht, oder? Nein, ehrlich. Wir brauchen das Geld dringend. Wir machen das mal. Hier ist das Geld. Nun zeichne alles auf der Karte ein. Na dann los. Meine Mama hat gesagt, diese Karte würde mir viel Ärger einbringen. Junge, da hat sie sich aber geirrt. Da hat sie sich aber wirklich geirrt. Wir gucken mal in die Notizenreihe. Nee, die Bilder. So, du bist hier. Hier sind verschiedene Wachen. Hier ist die verlassene Kirche. Da kommt man dann rein. Hier ist der Untergrund-Temper-Komplex. Also wäre es ja das Beste eigentlich, sich jetzt hier immer im Norden zu halten. Immer schön im Norden und dann hier rein und dann darunter. Ja, denke ich mal. Oh. Das ist ja was. Kann man den jetzt mit einem Multitool ausschalten? Ich kann den nicht ausschalten. Das muss ich nochmal eben... Das ist doch blöd, dass das nicht geht. Ich würde eigentlich ganz gerne hier lang gehen. Aber gut. Wow, der hat einen Flammenwerfer. Der hat einen Flammenwerfer. Nein. Jetzt hat er den Flammenwerfer. Auf den Flammenwerfer war ich jetzt nicht vorbereitet. Ach, dann bringen wir die Wachen auch nichts da, wenn die eingezeichnet sind. Dann müssen wir uns ja doch eher hier lang halten. Da ist einer. Nö. Wir fangen doch gerade erst an. Hehe, der nützt ja auch den Flammenwerfer nix. Sie ist der. Die Schrotflinte macht echt Laune. Ansonsten wäre man wahrscheinlich von da oben gekommen. Störung ist aufgeklärt. Auszuliere Daten. Wer spricht da? Äh. Hehe. Komme ich nicht zur Kirche hin? Das ist natürlich ungünstig. Der spricht. Ohohohoho. Jetzt ist eh der Alarm auf. Auch gegangen. Ach, ich kann das doch nie. Kann ich das da ausschalten? Nee, das ist nur eine Lampe. Du wirst die Menschheit nicht mehr besudeln, du Teufel. Ich habe diesen Dämon verloren. Verdammt. Das ist echt nicht ohne. Also mein Plan wäre es sonst gewesen, einfach in die Kirche zu gehen. Ach, die war doch im Norden. Aber da muss man erst mal hinkommen. Gleich nochmal auf die Karte gucken. Äh. 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 Images. So. Nee. Hier. Wir wissen, wir sind hier unten irgendwo gewesen. Hier ist der Mülleimer. Dann. Oder bin ich jetzt hier eher nur nach Westen gekommen? Ich möchte eigentlich nach Norden. Stimmt, das hier ist Westen. Dann war vielleicht das Richtung West zu gehen nicht so gut. Das ist dann diese Richtung eher, die wir wollen. Dann sind wir wieder hier. Ja, 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 ja. Ach komm, wir nehmen das trotzdem nochmal mit. Wir haben so viel Geld. Dann können wir uns das auch nochmal eben gönnen. Ich speichere das jetzt auch nochmal eben ab. Ah, das ist wieder der. So, dann gucken wir doch nochmal eben auf die Karte. So. Hier sind wir. Und dann bin ich jetzt hochgesprungen und wäre dann hier. Genau, da geht es nämlich jetzt deswegen auch nach Westen. Da ist aber dieser lustige kleine Typ da nicht, dieser Roboter nicht eingezeichnet. Dann will ich doch nach Norden. Oder sind diese Multitools hier vielleicht wirklich verbuggt und ich muss diese hier nehmen? Nee, das geht nicht. Wie kann ich das machen? Was? Geht doch. Okay, speichern wir nochmal. Da kommen wir nicht rein. So dünn sind wir nicht. Oh, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Aua. Kurzer Prozess. So. Das brauchen wir nicht. Data Cube. Zur Zerstörung. Wir haben Einsätze mit genetischen Kontaminanten für Modifikationsinfusionen gefunden. Es handelt sich nicht einmal um die lizenzierte Form dieser Technologie. Das Zeug ist also noch gefährlicher, wenn das überhaupt möglich ist. Zerstören Sie die Einsätze. Sofort. Munition. Schieß doch. Verdammte Seidner. Die brauchen wir nicht. Ah, Granate. Perfekt. So, jetzt sind wir hier an einer Wand. Wer du auch bist. Du machst einen großen Fick. Wir sind jetzt hier im Norden irgendwo. An einer Wand. Ich denke mal, wir sind hier und dann haben wir die vielleicht gesehen. Ne, aber hier steht ja auch noch einer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Mal wieder. Ist ja nichts Neues. Ne, die Waffe brauche ich. Nein, die Waffe. So. Dann ist nämlich jetzt nicht so schlimm gewesen, dass der ein... Ah, da kommen wir runter. Dass der einen Flammenwerfer hatte. Sehr schön. Und wir haben Eingang nach unten in die Kandisation gefunden. Das ist sehr gut. Irgendwas geht... Ist da unten. Oh Gott. Ist das ein Netter oder kein Netter? Auf jeden Fall speichern. Dann noch rausfinden. Ob man dem begegnen möchte oder nicht. Nein, möchte man nicht. Okay. Hier auch nicht. Das ist... Gut gesichert. Verdammt. So gut gesichert ist das gar nicht. Nein. Shit, shit, shit. Nein. Ah, da natürlich... Natürlich hat der auch einen Flammenwerfer. Ja, 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 ja. Warum lebe ich noch? Es eskaliert, aber wie? Wie das eskaliert und ich lebe noch? Ich habe nur gedacht, okay, ich lade jetzt eh gleich nochmal neu. Aber gut. Dann lade ich halt nicht nochmal neu. Dann machen wir jetzt hier super Klick, super Klick. So. Und speichern. Äh. Der Sektor scheint sicher zu sein. Ja, der ist super sicher, der Sektor. Ihr seht ja... Ja, gut, dass ihr so viele Nahrungsmittel dabei habt. Ganz genau. Das hilft manchmal. So, wo war der Typ jetzt? Doch nicht da. Das weiß ich auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Sehr beunruhigend. Das muss ich mir ansehen. Die Reinheit siegt. Deine Tage auf diesem... Wie meinen? Da durfte ich nicht mal aussprechen. Flammenwerfer. Hatte ich ja mal probiert. Ist aber gar nicht mal so schön. Achso. Drei Munitionsclips. Nö. Da reicht mir jetzt auch einer. Oh, und Nahrung. Ja. Nahrung ist wichtig, haben wir gelernt. Nahrung ist wichtig. Was ist hier drin? Nichts Wichtiges. Das ist keine Werkbank. So, und wir wollen ja jetzt zu dem Templer-Kram. Der ist ja eher Richtung Westen eigentlich. Oder war das jetzt hier nur Bonus? Ich hatte ja gehofft, dass man hier weiterkommt. Aber es scheint tatsächlich nur Bonus gewesen zu sein. Na gut. Da geht's ja nirgendswo richtig weiter. Dreibe ich den überhaupt? Verdammt. So, und bringt mir das jetzt irgendwas hier? Nö. Nicht so richtig. Hä? Hier waren wir auch schon. Ich räume jetzt einfach wieder die ganze Karte auf. Wenn man's gar nicht muss. Ja, hier wollen wir eigentlich hin. Da wollen wir eigentlich hin. Ich hatte jetzt gedacht, dass das der Eingang in die Basis vielleicht ist. Moment. Können wir da nicht einfach hier hochgehen? Waren wir dann schon in der Basis? Wir hätten einfach nur hier lang gehen müssen. Aber egal. Dafür haben wir nochmal ein paar Multitools gesammelt. Bisschen, ja. Eigentlich gar nicht so schlecht. Moment. Also, ich wäre ja capacidad.